Das war. Komm mit. Oh, der Aufschlussbau. Was ist denn da? Na ja. Keine Ahnung. Das ohne Sturm zumindest nicht. Ich meine hier das Datum und die Uhrzeit. Schon da? Gibt's nicht. Ich hab auch keine Angst. Ich fahr nochmal hoch und runter, okay? Okay. Dann tue ich aber. Okay, du brauchst auch keine Angst haben. Mach ich, hab ich auch. Denn dann im Herdschau endet du videos. Ja. Eins. Ich geh jetzt mal weiter nach hinten. Hm? Wird du wieder ein Erdgeschoss drücken? Ja, klar. Ja. Ich liebe solche Aufzüge einfach. Jetzt kannst du wieder ein Erdgeschoss drücken. Ich bin schon mal runter. Baff. Baff. Hör. Wir werden schon mal unten. Was? Was? Vielen Dank.